Die letzte Sendung für heute Nacht. The Big Thing mit Dr. Helgen Schneider. Jetzt habe ich mir als letzte Sendung ausgesagt. Ich habe übrigens aus der Tasche habe ich den Schnaps nicht gekuckt. Ich habe noch nichts draus getrunken. Als letzte Sendung habe ich mir Verpackungsmaterial. Das hier, sowas. Die Verpackung. Verpackungsmaterial ist heutzutage wichtig, weil viel kommt mit der Post. Aber auch wenn man Sachen kauft, die so verpackt werden, dass die Verpackung mehr Platz wegnimmt. Das, was da drin ist. Zum Beispiel, wenn man sich einen Fernseher kauft, muss man anschließend zu Müllkippen fahren und das alles dorthin bringen. mit den einzelnen Spaten in Styropor, Plastik, Holz, Karton und so weiter. Und das ist ein Zeichen unserer Überflussgesellschaft. So, das ist jetzt die Verpackung. Und als besonderes Clou habe ich noch in der letzten Sendung für heute Nacht den Bumerang ausgedacht. Da ist ein original Neuseelenshop um Rampen. Und ich schmeiße ihn mal. Er kommt zurück. Ja, das war's wieder für heute. Es freut mich, mit euch nachts zu verbrechen. Ich sag tschüss. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns sicherlich bald wieder.